um um mein Gott WoW nee das ist mir zu schwul hab ich auch ne Zeit lang gezockt WoW ich früher auch schon einmal D-Abo ich danke kommt auch noch scheiße wir haben acht Leute das ist auch richtig, das letzte Mal waren wir nur zu viertel 6 und erst mal machen wir, also online oder auch privat? äh, gucken wir mal privat 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 wir können auch privat, ja, ja, können wir nur euer Standort dann gibt's, äh, Noob Bash also ihr basht mich haha also ich muss euch mal einen Noob mitnehmen? ich nehme einen Noob mit, mal gucken ok dann nehme ich auch meine Hörer abzusammeln also wir sind 4 in MW2 und 8 im Teamspeak wir sind 6 in MW2 aber ja ja, 6 mein ich ja wir gehen aus gleiche, ne? und 7 im Teamspeak für Leute die zählen können ja, weil ja gerade irgendwie hat einer gesagt, dass es 8 Uhr macht ja, ich hab das gesagt weil mir einer gesagt hat, alles klar, 20 Uhr, äh, wann war das normal? ja, heute 20.30 Uhr, alles klar ja, und du hast noch 6 Minuten ich schaffst du neben dem 6 Minuten ein halbes Level zu machen, Alter? oh mein Gott, dann doch, ich hab in 2 Spielen, ich hab, ne, 6 Minuten jetzt nicht aber schafft man eigentlich wir haben ja mein Level 2 2, ähm, FFA-Spielen, ein halbes, mehr als ein halbes Level fast ein Level Mann, sind wir gesprächig auf jeden Fall alter mal einen Sven anschreiben stimmt, wo ist Sven ja eigentlich wieder hin? dann sind wir ja 9 Leute was ist mit Harzer? ich weiß nicht, ob der andere Jan auch noch kommt oh Leute, dann haben wir aber, dann haben wir aber ne Masse dann gibt Jan Jan gegen die Welt ne, man, ich hab nur mit Jan, wie die anderen ja, nee Jan hat gewonnen wer jetzt? das hat er oder was? nein, der andere wohl Sponsport, ach so das, hä? ach so, ja, äh, weiß ich nicht ok, komm, 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 komm fuck, 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 fuck also, und ich muss er wieder aufnehmen für seinen in der Tiefe, ne er streamt ach, er streamt schon wieder fuck, ich ne er streamt mehr als seine Freunde doch, ich suche mich, Sven ja nee äh, eh äh, Leon ich wollt das nicht so laut sagen was ist? ich würd, ich ich würd das nicht so laut sagen ja hallo youtube ich nehm schon die ganze zeit auf ja einfach mal so hinter die kurzen ist so ist jolo ich schreibe noch ruhig dass er das nicht sagen so ist doch wayne ist doch wayne das hätten wir in der ehe dann gesehen ich denke nicht dass meine zuschauer sehen wollen wie wir zehn minuten lang hier nur lobby warten und reden ich weiß es nicht wir könnten ja auch den robin hier erzählen der zwar kein mw2 hat aber mit seinen flachen witzen die leute zum wachen bringen mit seinen zu machen aber du haust ja die wer haben sie wahrscheinlich ich habe gerade bei der kd aufgerechnet aber ich idiot macht natürlich den rechner jetzt so 0,65 0,65 ja das hat die karte immer geichert ich habe eine kann gar nicht mehr kommen und so ich habe nur nur 6 zum vermeiden kommen an sich aber auf jeden fall eine plus ich spiele auch erst 22 Stunden ja 126 stunden ja also 133 warte ich bin nicht wenn ich noch mal aber das kann ja gucken aber leute steht das als ich habe hier noch ein paar zu fünf stunden und 8 1,8 kd habe ich ist aber steht bei quartiere abschüsse und tode so erste flasche aber habe ich habe ich gerade eingeladen kein problem er sieht zwar nicht also er sieht es im nachhinein aber kein problem er weiß was gemeint ist 8 leute habe ich doch gesagt war aber bei artik und damals auch genauso wie wir waren beim ersten zacken dabei vier leute ich glaube beim ersten können die europäische mädchen er hat ja genau aber wie auch ein bestätigt man kann ich nicht mehr er und gewalt oder der europäische mit dem europäische das das stadt oder er hat auch noch eine minute die spannung steigt bei mir was ich immer noch bemängeln tue ist dass man hier kein chat hat was man in der lobby kein chat hat das regt mich immer am meisten auf in der lobby für einen naja dann kann man zuschreiben hallo ja aber es wäre halt für manche aktion cool ne ich hab grad einen mini-gamburg geschrieben 30! 18! wo geht's? 50! keine ahnung wir haben 30 wir haben so Uhrzeit 20.30 Uhr ja komm Harald was mir jetzt noch wird noch mehr werden nein nein das denke ich nicht boah jetzt kommen noch acht leute rein eigentlich dürfen noch zwei stück kommen ja gut aber erstrunde würde ich sagen öffentliches tdm nein öffentlich ja wieso? bösen's bodenkrieg bösen's bodenkrieg genau was okay ist ja dann mach privat komm und lauf bitte mach random map mach random map äh ja dann ne da kommt sowas wie ihr ding ach scheiß guck mach pavela ja ist egal pavela genau ja gut pavela pavela hab ich noch gar nicht gespielt pavela hab ich noch gar nicht gespielt pavela ist so geil ja warte mal team deathmatch spielregeln da machen wir einfach mal einen mach nochmal wie im öffentlichen Raum so ach man das ich unbegrenzt und 10.000 hierher ja 15.000 du meinst ich mach halt das hier 5.000 na gut dann machen wir hier zack 10.000 10 minuten nur team nein unbegrenzt zeit unbegrenzt sonst kannst du ja ok unbegrenzt war auch gut mhm einsteigungsverzug in afghanen kann man drin lassen finde ich gut hä? nein nicht afghanen also ne afghanen ist nicht pavela wechseln pavela pavela ist geil pavela 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 man muss doch mal was sehen was ne also das ist ja guck mal wer spielt das ne wer spielt das ne das kannst du nur private spielen und ich würd sagen wegen dieser toilette da wo drauf steht ja ja so dann äh wegen teams wegen teams ja Auto zu weisen 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 letzte Penis ne 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 ich muss das nicht wohl irgendwie anheben ja genau warte zu das neben uns dann war fünf Minuten von der Brücke das hat sie erhangen es hat sich erbuddelt es hat sich erbuddelt Prozent da war da was da bei der Verhältnisse oder erhältlich ich musste auch erst mal laden ich nehme auf das verbraucht auch ein bisschen was so klar so ja ach nie ich hab nicht alles klar da aber ich bin dritte hallo wenn drin ist ich weiß was ich meine da schneitieren wenn man darf da ich verdammt verdammt ich bin bei Jannes Team also Flame oh Alter ich bin bei Jannes Team also Flame also bei mir im Team verdammt Madman schau nur denn aber was kannst du so nah ok ich hab Favila usb 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 ach komm drei Leute die stellen sich schön auf Reihe oh Manu dass du alles holen kannst alter blockier mich nicht what the fuck boop boop moat on mein Gott ich hab ne Russia ist hier drin ja ich hab grad nachgelangt ja und dann gesehen dass was ich heute noch ist schön dass ich jetzt auf dem Desktop bin what the fuck das ist Romiton abweil ja ok und dann sterb ich Leon hörste gern nein ja ich bin nicht gestorben ja ich bin nicht gestorben ja ich bin nicht gestorben Ich renne auch einfach irgendwie mal rein. Dann das. Oh, Alter. Gut zu wissen. Habt ihr jetzt wo, ne? Nee. Oh, Alter. Na du? Oh, nein. Nein, nein, nein. Kralas, Kralas. Ich hab auch einen Kill gemacht. Das Einzige, was ich heute hinkriege. Einzige. Ein Kill. Ja. Obwohl ich hab 2,8, ne? Ja und ich hab meine beiden Kills gemessert. The fuck? Ja. Nee. Das war das nicht. Ich hab mich doch alle lieb hier. Oh mein Gott, ich hab den ersten Kill nicht gemessert. Ja und dann kam da ein Basti. Ja, der Basti, der... So, der 2,2. Ah, okay. Oh, Alter, wer spielt hier mit der F2000? Keiner? Nicht, der ist scheiße. Die ist scheiße, die Waffe. Doch, der K, äh, IK. Doch, hier einer. Mit Vollmantel. Ja. Und? Oh, das ist okay. Oh, das ist okay. Die ist richtig schön. Ey, Jan? Nein. Ich wette, du hast Kommando. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, Kommando ist das Drecklichste. Ja, das gibt es. Ach, Jan, äh, ich war grad hinter dir, der hat's geleckt und ich war tot. Ja. Danke, danke, danke. Wer auch immer mir grad den Arsch gerettet hat. Weißt, dass du, wie es dahinten geht? Nein. Ich hab Ninn ja drin. Oh, mein Gott. Das... Äh, du standst grade vor mir fast, also... Ja, war nur... Ich weiß nicht, ob ich Kommando drin hab. Müsste ich gleich mal gucken. Doch, Headshot. Ich hab in jeder Klasse Kommando drin. Sascha. Ja, Kommando. Ja, Kommando hab ich drin noch. Hinter euch. Ist der ein Tod? Der ist ja ne überall hier. Das haut euch an ihm vorbei, Messer. Kluck das. Noch immer, dass ich. Wer spielt eigentlich Sniper? Außer ich. Und keiner, oder? Und wenn ich schneide, spiele ich seit... Ja. Ja. Tode Ernst. Okay. Dann sind wir hier durch den Rand. Nein, guck's den einfach an. Guck's den einfach an. Boah, alter Leute. Ich denke, ich bin mal ein bisschen rum. Boah, wer ist der auf'm Haus? What the fuck? Ich hab ja mal richtig durchgemessert hab ne? Ja. Ja. Das passiert, wenn man keinen Kommando hat. Ja. Schon wieder. What the fuck? Boah, ich war in Ziggyers-Malzen. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja... Sauer er hätte ich ja nicht diese letzten und aber die anderen da habe ich auch mein Mann vorliegen die explodiert oder wo oder du bleibst auch nicht stehen mein messer flog trotzdem noch man hat sogar noch geflasht gewesen wir sind gerade ich habe aber schnell vorher drinnen einfach nur weil ich damit ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe bei mir auch da fahrt passiert ich hatte der mann erhebte wenn er sagt er viel weniger verzieht mit schulden ich habe immer von hinten geholt werden von hinten weiter genau wusste weil sie nicht auch keine aber ich wollte hinten gesagt und wollen können ja aber nicht nur einmal okay ich wurde vollgebläht ja ja wer ich aber eh tot gewählt werden ja eine granate und dann kann man kommen ja ich hatte aber am stand aber noch und dann kann man nicht er hat ein double kill gemacht ja lol oh die weckt euch nirgends immer waren sie alle weg was sie du hast geflasht wie konntest du mich holen nee ich hatte dich schon im iron side da war ich noch nicht geflasht äh sorry okay ja die beiden sind halt gut noch nie dort einsteigen und er ist und er hat wo die hohe Prozent das ist es nur es ist wenn man was übernommen hat ich war geduld hoa das ist nicht wenn wir uns nicht gut gleich macht ein anderer von euch den haus dann werde ich trotzdem ausgewählt oder was ich hab nur 100k ich habe 100k leitung das ist das geilste an kommando kein feuer schaden hier haben wir das Ich kotze, Digga. Ich kotze jetzt. Ja. Was ist denn der Fett? Mit der Pumpe. Ja. Ich wollte jetzt nur zum Schluss ein bisschen merken. Bam! Du warst doch da oben gerade eben. Da hab ich meine Granate noch vollen geworfen. Tritt dir jetzt ne andere Map, bitte. Rust! Rust! Was? Nein, nein, nein. Oh, ja, nee. Das ist nichts. Nein, nein, nein. Das ist nichts. Also ich würde sagen Terminal. Geil. Terminal ohne Sniper. Ja, Terminal. Rust, Rust, only Knife. Geht viel vor Ort. Nein, nein, nein. Ohne Kommando, ohne Taktikmesser. Nur mit Wurfmesser. Nein, 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 nein. Frei für alle allgemeinen Terminals. Nein, nein. Ohne Knife, genau. Ohne Knife. Ohne Knife. Nein. Machen wir eine Nachfragekolle Terminal? Na, komm mal machen. So. Hm. Ich muss aber noch kurz was ändern. Dann. Na doch, ne. Passt schon. Dann. Hm. Kloppen wir uns mal da ein bisschen. Schön, Herrschaft. Terminal. Terminal. Ich mein, wenn der zerrissen wird. Ich weiß auch, dass du gegen ihn bist. Ja. Das kannst auch sein. Muss ja nicht sein, wenn der Autozuweisung macht. Darf man Spawn kämpfen? Nein. 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 Das ist, das ist, das ist, das ist. Das geht, das kannst du vergessen. Das ist, so awesome ist das langweilig. So, was spielst du denn hier? Oh, Spawn. Oh, Lowry, nice. Super. Alter, ich bin lustig. Okay. Okay. Hey, was ist hier, Jan? Hey. Okay. Das kennen wir ja, das Gefilde hier. Boah, Alter. Wer vögelt? Das Gefilde kennen wir ja schon. Achso. What the fuck? Jan, ich war gerade gegen dich. Was? Was? Andra, Jan, du, Jörg, Jan. Ja, ich hab gesagt, ich antworte mich immer. Schön für deinen immer. Ja. Achtung, da kommt jemand von hinten. Ja, sacht er. Ja, und ich starb schon. Wo sind wir gerade Spawn quämmen? Boah. Kann eigentlich nicht sein, was ich bin, Mann. Hast du, der hat echt gewartet, bis der in der Kopf ist? Ich bin gar nicht versteckt. Warte, nicht fünf Sekunden pro Jahr. Ja, ne? Warte, nicht fünf Sekunden pro Jahr. Mist. Mist. Leut, das war mein Kind. Wir verlieren A. Wir verlieren A. Ganz viel G. Wir verlieren A. Wir haben einfach verlaufen. Was? Wir verlieren A. Wir verlieren A. Wir verlieren A. Wir verlieren A. Oh ja. Hi. Wir sind so schön Deutsch. Okay. Ihr Spot da immer noch. Hupla. Wupp. 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 Nein, slept-leckt. Nein, bestimmung, wie lange mir geht es. Fuck, nicht vielleicht, also. Oh, leckleckt. Schleckt, leckleckt. Leckleckt, 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 leckleckt. diese. ich weiß wo du wohnst ich weiß ich auch wirklich? nein und Sascha 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 das bringt ihn nix wenn du's wenn du's hören soll ja du brauchst schon die Whisper Funktion ey ich hab dich gemerkt ja lol ich hab dich nicht gesehen lol leck dann hörts auf zu lecken und ich kill ihn und sterb von hinten verreck Jan achso leck mich ok am Arsch weißt du boah skill du uns skill guter Witz ja danke da kannst du nichts gegen machen da musst du gucken zu warte da kannst du treffer ne jaja will du mich veraden ich guck dir ok u da du 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 warte mal ich habe ein paar drops manchmal in der ersten mehr von 10 dies ist nicht toll bald die drei nachher kommen vorher in die Nacht nach der Kräfte mit der mitte mit der mitte mit der mitte kann die man in der mitte kraft kristin aber war ja auch der mitte man Schauen wir doch mal jetzt. So, den macht. Blub. Bumm. Ha, ha, ha. Wir sind hier vor dem Win. Oh, da wer... Bin wir ja da. Ja. Ja. Daums mag ich Leute, die snipen nicht. Ja, jetzt hat er doch schon irgendwie... Oh, ich hab... Ich hab... Campen. Ja, fliss. Einer. Oh, die. Ach, ja, ich hab das Gebiet nicht im Kopf gehabt. Oh, ich wie Gott zu detestiert. Ja. Feindliche Aufklärungsdrohne. Ah, Mist. Oh, danke schön. Oh, jetzt hab ich auf die Drohne geguckt. B wird gesichert. Einer, ich kann euch vom Wehr nicht folgen. Jiffi. Was? Gott, ich hasse mein Internet. Ey, ich... Ey, ich... Jan... Jan... Ja, bin da. Oh, da ist jemand. Boah, kommt da noch so einer an. Ich hab noch mal den Hitmarker bekommen. Bei mir war ich ganz... Bei mir war ich ganz... ganz gerne meine Zeit. Boah. Da bleib ich gehen. Hallo. So. Oh. Jetzt A1. Nehmt A1. Boah, da kommt einer. Der. Okay, alles geht. Let's go. Da hab ich gern gehabt. Äh... Roll. Da ist jemand war. Oh. Was? Oh. Okay. Wo? Hä? Wie? Hä? Was? Ja, hab ich mir auch gerade gefragt. Wtf? Ja. Genau so. Haha. Was? Ich hab dich gemessert. Ich hab dich gemessert. Nice one. Das war die Bombs! Was denn hier ist bei A? Da fack! Da sind zu viele Leisten, einfach zu spielen. Ich weiß wo der ist. Ich hatte gerade keinen anderen Wacken. Oh, es liegt hier! Wer liegt hier? Ich bin anstrengend. Ich bin anstrengend. Ich bin anstrengend. Ich bin anstrengend. Oh, ok. Ja, wo passt die? Das war so. Das ist mein Kui-Kochter-Situation. Ich weiß. Jetzt frei für alle! Dann ess ich jetzt was. Genau. S&D zu 8. Was habt ihr gegen S&D also? Mag ich überhaupt nicht. Nein, wir könnten es machen, es geht. Es ist kein Problem. Ja, das wäre geil. Die Bestmatch oder Free4All, aber ich wäre nicht Free4All. Only Snipe Free4All, das wäre geil. Jan hasst Sniper. Wer wäre es raus? Nein, er hat Quickscoper. Ja. Ja, Alter, du kannst hartstummen, Digga. Ja, du kannst hartstummen. Ich, 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 ich hasse wirklich die... Auf Skydraw. Skydraw? Nein. Was denn das? Nein. Skydraw! Ich nehme an High-Rise S&D. Frei für alle. Lass, lass... Oder High-Rise? Frei für alle. Frei für alle ohne die Snipes. Ja? Ja, geil. Nein. Dann auf Rush. Dann auf Rush. Alter, was, Mann. Nicht mit diesen komischen Legs. Wenn doch. Oh, ja. Nichts. Oh, alter Digga. Nicht auf Dammit, Mann. Na, egal. Oder? Einfach nur. Nein. 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 Wieso mag keiner dich? Ich liebe diese Map. Welche? Estate oder was? Nein. Unapest. Jetzt hast du ihn auch. Genau so wie Quarry. Quarry ist genau so ne... Quarry ist geil. Nein, nicht die Map. Jan macht weg. Wenn die richtigen Spieler sind, ist alle. Jeden ist geil, oder? Jan ist der von dir. Jetzt ist nein. Ja komm, dann nimm wir... Alter. Wie willst du auf der Snipe, Mann? Das ist wirklich sein Kunst. Ohne Quickscope. Was? Was? Hi-Rise. Ja, Hi-Rise. 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 Auf der Snipen... Zu-Snipe ist so geil. Ich geh uns aufs Dach und an. Was machen wir denn jetzt? Five for Aller oder Rad? Rad Rad. Five for Aller. Weiß nicht. Normal oder Snipen? Alles. Alles, oh. Erstmal musst du online kommen. Äh... B-Box Intro. Wer ist jetzt rausgegangen? Alkino? Ja. Der gesagt, er ist erstmal weg. Ich hab... Leon, deswegen müsst ihr ja warten, weil ich erstmal online kommen muss. Ja. Ja, dann mach mal. Wir brauchen jetzt die, müssen das hochwert. Ich kenn' den PC aber... Den hat sich hier nicht dauernd. Die scheiß Akt... Die scheiß Aktualisierung. Oh... Drück einfach abbrechen. Geht nicht. Natürlich. Ich will doch schon mal verbinden, weil es eben kam. Das ist die Sekunde 0. Ich habe nie mit der Snipen gespielt. Also... Beziehungsweise noch schlecht. Oh mein Gott. Ich kann... Ich... Ich kann... Ich... Ich kann einfach nicht mit der... Ich weiß nicht. Dein Harz kochen ja. Ja, ich... Ich werd auch wahrscheinlich... Ich... Ich... Ey... 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 Weil ich bemerke, das ist voll witzig. Komm wir spielen einfach mal in der Standard Klasse. Nein, Alter. Ja, klar. Das kannste... Das kannste... Das kannste... Das kannste... Das kannste... Ja... Und... Saksos... Guten Abend beim... Special Sunday. Was für Special Sunday? Ja... Ja... Ich nehm... Ja... Ich nehm grad auf. Ach... Hallo Fernseh. Bin ich jetzt im Fernseh? Nein, du bist im Intratznet. Intratz. I'm... In der Television. Hallo... Auf dem 3-Mod. Auf dem 3-Mod. Hallo Mami. Wenn du das siehst, ich bin im Fernseh. Jetzt... Jetzt wird's raus... Wenn's rauskommt, gehst du einfach zu deiner Mutter und sagst da. Ich bin berühmt. Ich hab... Echt... Intervention mit... Nichts. Keinem Aufsatz. Na... Na ja... Ich hab ja alle... Ich hab ja alle... Ja... Ich wollte grad sagen, wir sind hier in der Hacker-Lobby, ja? Es ist... Es ist extrem dick im Abgang. Ja, aber das ist... So lame. Ich will das Spiel spielen, weil ich spielen will. Du hast aber nicht angekündigt, dass du... Doch. Warte, nimmst du grad normalern oder... Community zocken? Hat das so ein vor 11. Warte oder so? Vor zwei Wochen fast. Sascha ist drin, wir können starten. Ja, gut. Ich will auch in W2. Hol dir in W2. Dann starten wir jetzt. Ja. Und nicht wundern die Leute, die nicht dabei sind und zugucken. Wir sind grad auf dem Teamsweg und hier kann jeder rein. Leider. 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 Jeder, der das Passwort hat... Autozuweisung! Autozu... Ne. Auch nicht. Ja. Alle, alle. Ich bin Sniper. Ja, deswegen die Autozuweisung. Weißt du, Jan, du könntest kurz bevor du aufnimmst den Channel mal kurz umnennen in und wir ermudeln die Waffe und zwei Aufnahmen. Ne. Oh, guck mal. Ich zeige es da als MW2. Oh, ja. Sie werden spielen mit aufnimmst. Wer spielt da jetzt keinen Sniper? Ich spiel gar nicht mit. Ne, hier spielt grad ja einer mit keinen Sniper. Aber... Ich spiel, ich war glücklich. Ich muss kurz mit ihr. Ja. Oh, Digga. Mein Aim. Mein Aim. Ah, keine 2. Da. Oh. What the fuck? Ich hab grad noch geschossen. Ey. Boah, Leute. Viel zu viel. Oh mein Gott. Damn it. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Yo. What the fuck? Boah. Das kannst du vergessen. Du spawnst. Ja. 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 Quickscope. Ja. Okay. Das war... Achtung. Feindliche Aufklärungsdrohne. Ja. Ich kann das gar nicht. Nein. Ich will nicht. Ja. 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 Wurfme ist ein Laufmann. Wurfme? Natürlich. Oder? Ja. Ich hab nur Samtext dabei. Ja. Hab ich nicht wurf? Nein, ich hab ne Kanal gebrannt. Hallo? Hallo Sven. Hallo. Nein. Doch. Hallo? Ist das ein Spiel? Ach komm, ich selbst gar nicht. Ja, das weiß ich ja, aber ich dachte, das spielt öffentlich. So, wir haben da. Ja, ich mag das. Dieses... Ich kann das zum Beispiel nicht mehr, dieses Quickscopen. Das geht einfach nicht in diesem Spiel. Ich weiß nicht warum. Ach, ihr macht nur Quickscopen? Nein, wir machen alles. Da hab ich einfach keine Schnitte so gegen. Wow, ich hatte ihn angefragt. Ah, der Ding... Naja... Wie geht das aus, Alter? Ja, ich... Ich bin auch runtergefallen. Hey, Sascha, wieso messerst du denn? Hätt ich mir auch... Ja... Alter, Junge, Alter. Nein, 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 nein. Die gleicher des Spiels, bewegen ich's hier. Alle Waffen. Neu... Gute... 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 Ach so, nur Sniper? Gute... Gute... Da hat mir einer irgendwann das Leben gerettet. Ich habe keine Schnitte dagegen. Wow ich habe mal einen Kill gemacht. Hast du keine Feuerkraft drin? Nein, doch. Feuerkraft habe ich drin. Ich habe einfach keine Schnitte dagegen. Ihr habt Vollmantel drin. Geht dann natürlich auf mich. Ja mach ich Double. No Scope! Ja wow ich habe No Scope. Pille. Boah hat der Ding 6 Pille. Klasse Pille. Man schluckt einfach dann 3 Schüsse mit der Intervention. Das war ja krass und alles. Und fast 4-5 Burst mit der Farmers Alter. Ich mache nur den Macker mit der Intervention. Geht Macker. Mal war alles in dem Bein. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Wir werden jetzt gefehlt. Die Leute die Kill jetzt machen. Alter wie ich Hit mache. Ach so kommt man hier hoch. Sascha nicht neiden. Ist so hat mir auch schon geneigt. Sieh an. Ja? Really? Ich meine ich kann erst Hitmacher direkt. Du machst keine Intro. Sascha schluckt schon wieder 3 Schüsse. Was für ein Drohne? Da hat keiner drin. Doch. Ja. Okay das war. Nice one. Ja gut. Jetzt ist natürlich scheiße. Ja. Ich kill mich selber. Ich hätte das ausstellen müssen. Nein. Ich hätte es auch einfach sagen können. Boah. Kann ich den? Soll ich ihn holen? Soll ich ihn holen? Soll ich ihn holen? Was? Ey nicht Messer ne? Ich hatte gerade gedacht was hätte den Harrier. Ja. Einer bis zu Harrier. Immer einer bis Harrier. Immer einer bis Harrier. Immer einer bis Harrier. Ich fühl mich so ausgeschlossen wenn ihr alle in B2 spielt. Ja. Ich hab einfach alle 3 gekillt. Ich freu mich. Wow was war das? Okay. Ich glaub das war mal. Äh. Okay. Ah ich bin so schlecht. Ja. Da stehen sie beide vor mir. Ich mag die Spiel nicht. Wissst du das? Immer nur Hitmarker. Immer nur Hitmarker. Immer nur Hitmarker. Hitmarker. Der ist schon schlimmer als im Battlefield. Nein das kann gar nicht schlimmer als im Battlefield werden. Doch bei mir. Wieso braucht er manchmal so lange und dann manchmal wieder so kurz? Ich schieß auf den Oberkörper und das ist eigentlich kein Schaden. Da wirst er doch aber im Hitmarker. Oh. Mann. Ja. Nur wieder. Nur wieder. Jetzt hab ich einen Teil zum Hitmarker gegeben man. Hast du keine Drohne? Ja ich hab die auch zum Hitmarker gegeben. Ich hab. Ich spiel ja spiel die nicht auf. Mann. Egal jetzt hab ich jetzt mal ne Drohne. In der letzten Woche. Aufklärungsdrohne online. Oh. Ich muss mir mal. Ich glaub ich muss das echt mal lernen. Quickscopen. Ganz ehrlich. 40. Ich hab noch bei Xbox hab ich richtig viele Quickscope. Auf dem PC eigentlich nicht. Ich kann auch mit Playstation 3 jetzt richtig rein. Ich kann auf dem PC gut quickscopen. Ja. Darktail und Bayern. Ach komm. Jetzt versuch ich. Versuch noch die alte AC-Taktik mit hinrennen. Wirst du auch nicht so recht laufen? Ich versuch die äh. Also wegen Quickscoppen bei äh. Counter-Strike. Immer die Waffen zweimal weg sind. Jetzt hupt die nicht ja gar nicht. Ich bin ja nahe. Das was immer ich das irgendwie. Ich wohne halt. Auch von 2, 3. Ich will. Ich will vergehen. Ich bin die Gamble. 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 Ja gut. Tschüss. Dann mal wieder. Tschüss. Tschüss. Das Game macht keinen Spaß. Tschüss Youtube. Ich bin negativ. Ich bin die Gamble. Ich bin die Gamble. Ich bin die Gamble. Alter. 2 Mal muss ich nicht. The fuck? Hä? Achso. Achso von dahinten. Ich wollt schon sagen. Ach. Guck mal wie schlecht ich da bin. Ach. Guck mal wie schlecht ich da bin. Ach. Backkickcam. Ich hab. Verdammt. Oh ich bin erster. Oh wie seien denn alle Pille. Weil keine Kinder kriegen. Ups. Achso. Pillegranate. Auch geflaggt dabei. So schlecht bin ich aber auch nicht. Dass ich sehr relativ spät reingekommen bin. Timed off. Hell... Still Shatter. Ah ne es geht das dreigestem, man. Feindlicher auf der Erbstrone Gesicht. Feindlicher auf der Erbstrone Gesicht. Feindlicher auf der Erbstrone Gesicht. Lets go. Achtung. Feindlicher auf der Erbstrone Gesicht. Jetzt lern ich dann mal was. Ist ja immer ein wunder. Boah. Boah. Ich hab lange. Oder ohne sich. Ja. Bei mir? Ich bin ja fürum Teleponiert. Ja ich auch. ich hab dich zweimal mindestens wirklich eingetroffen so sah es wenigstens auf der das war mit mir ja what the fuck ich mach jetzt mal was ganz ganz wichtiges ja ja ach komm das ja okay was gehe ich immer da glaube ich halt da kenne ich immer alter das war ein Lachschuss von mir ehrlich Jan was eigentlich den auf der Leiter trefft oh Jan geht ab hör auf ey aha ja ich geh ab, sterb ja ist bei dir ab, los jetzt ehrlich ich ok ich bin einem ist scheiße ich werd schon wieder gut teleportiert ja ich war voll auf deiner Presse alter Jan, hör mal auf unten hin 3, ja ok, er hat sich auch auf komm hallo hallo also ich hab keinen gelatzt ja gut besser als wenn er sich einfach mit dem Stream abkackt ne aber wie man merkt, ein bisschen Spielball ist hier Alter ich komm, ich komm, ich komm, ich komm raus und bin aus dem Haus und bin sofort ja gut so für nichts, der mich kittert ist hier zu sitzen achto feindlicher Aufwertung ohne Gesichter ja 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 schon wieder durch Himmel, Schemmelkönig getötet Alter es gibt Tage, da ist man schlecht und es gibt Tage, da sind die anderen einfach besser ich hasse diese Waffe die macht nichts richtig die macht keine Waffe meine ja jedes Mal kann man schon so Feuer gehabt äh, Hitmarker alter Lorin ich glaub ich's nie gleich Hitmarker hätte ja ich hab die alle dabei, aber scheiß drauf Jan, dreh dich um, Jan, du sagst du ja dreh, dreh dich um Hessen der hat versucht zu messern der hat versucht zu messern achto feindlicher Aufwertung genau, ins Gesicht, Hitmarker mhm der ist Pille das geht natürlich auch, wenn du natürlich nur ne Wimper tust ja ja hab ich jedenfalls so gehört boah, ich hab zu vorn boah, ich hab mit mir geknaut boah, jetzt hab ich keinen Bock mehr, jetzt reicht's mir feindlicher Aufklärungsmachle das kann schon, wieher nicht nicken das sleúltisch lebt, der bewegt sich hoch ich bin schwanger wah ich hab das Glückwunsch, es ist ein Mädeln Disson ja, wtf, hä? ok, dass... Boah, ist er, er dreht sich dein Kunde auf den Boden sauerhaft rum und dann schieß er auf einen Trüten ich hab es nicht Ja, ich kann halt gegen Leute, die schon gesnipet haben bzw. snipen können, nicht... Alter, was? Ja! Scheiß Reflex wegen E. Auf E hab ich eigentlich sonst was anderes liegend gehabt. Und? Boah, Leute. Boah, Leute. Bevor ich meine... Ich rede und rede und rede und rede und rede und mikrofon die aktiviert. Das ist professionell. Ich hab auch irgendwie achtmal gefragt, ob wir jetzt messern dürfen, da ich dann irgendwann nur einmal Ja von Jan gehört hatte, wahrscheinlich auch was anderes, habe ich dann auch Leon gemessen. Tut mir leid, Leon. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Warum nur Leon? Du hast mich auch zweimal gemessert. So viele Kills hatte ich noch nichtmals. Wie soll ich dich zweimal messern? Natürlich, du hast mich zweimal gemessert. Wie soll ich dich zweimal messern, wenn ich noch nicht mal so viele Kills hatte? Oh, Jan hat nur noch Kills eingestellt. Vielleicht war das ja nicht am Anfang oder so. Alter, da hab ich mich auch aufgeregt. Boah, eine Scheiße. Was? Ja, was? Ich kann sie nicht mitten im Mets draus machen. Mir leid. Ich wollte... Was? Ja, okay. Aber... Oh, das ist jetzt so aufgeregt. Ich hitze dich an. Okay. Ich hitze dich an. Okay. Ja, okay. Wie geht's denn das? Boah, ich hab keinen Bock mehr, ne? Ich höre dich nicht. Ich will die auch gar nicht. Wer? Welche? Alter, was habt ihr alle genommen? Ich komm die Ecke, bin tot. Drogen. Bei wie viel? Soll ich aufzählen? Alter, ich bin doch erst grad gespawnt. Ja, tut mir leid. Ein bisschen. Eigentlich gar nicht. Oh, hör doch auf da oben zu spawnen. Haschkekse? Alle sind da unten und die sind da oben irgendwie. Oh. Schlag. Ich kann halt gegen Quickscoper, ne? Wer Quickscopen kann, der kann Quickscopen. Ich hab zweimal, dreimal vielleicht einen Quickscoping gerät. Mehr ist es nicht. Ich kann ganz viel gucken. Ja, das ist genau so ne Aussage, wer aufs Klo geht, kann auch scheißen. Ja, aber du kannst halt, du kannst als No-Sniper-Spieler, der in den Shooter, ja? Da kannst du einfach nicht gewinnen, oder gescheit Kills machen. Weil du... Ja, gut. Weil du... Weil du... Ja, ne, nicht mal da spiel ich Sniper. Wallbang. Boah. Jetzt hatte ich einmal so richtig krassen Hartkopf. Wenn ich überhaupt nach 10 mal sterben, überhaupt mal wieder ein Fehl mache. Ich... Ich glaub, Jan, wer... Wär so einer, der Sniper-Ghost-Warrior, ne? Und läuft nur mit der Piste rum. Aber dann krieg ich's hin, dass es sogar gescheit aussieht. Das ist mehr Glück. Ich kann... Ah, jetzt... Oh, jetzt wollte ich den anderen uns nicht weg, Mario. Wir haben ja untersuchen. Ja. Ja. Ich hab's einfach nicht bei diesem Spiel kann, ne? Ich hab's halt für der Hartkopf auf den und ich... Ich... Ich treff nicht. Wer... Wer kämpft eigentlich die ganze Zeit oben? Ja. Ja. Wer kämpft eigentlich die ganze Zeit oben? Irgendwo... Mensch. Was? Ich weiß nicht. 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 Na du? Ich hab jetzt glaub ich gefühlt, dass... 20 Kills... 20 Tote keinen Kill mehr gemacht. Oh. Ja, du bist verarschend. Jetzt wird mir der Kill von vorher geklopft. Ja, wenigstens hab ich mal einen Double hingekriegt. Dann hab ich froh, dass ich das mache. Bam. Endlich. Und ich bin letzter. Weil ich einfach jetzt schon irgendwie... wirklich 20 mal ohne einen Kill gezogen bin. Ich werde gar nicht mehr hin. Heine, heine. Woll mal. No scope. No scope. No scope. No scope. Ja. Mein erster Kill. Wuh. 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 Ja. Wuh. 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 Ohne Vice, man. Wieso legt das so? Dann runterspringt und meint er wär der Boss. Jaja, dann stirbt er, dann ist er wieder oben, dann springt er wieder runter. The fuck?! Irgendwann erschieß ich ihn einfach bevor er tatsächlich einstieg legt. Also ich mach gleich Kanaden hoch, ne? Oh Gott, 18 Kanaden. Okay, ihr habt nimm mich für mich. Ja, ich hab versucht machens und ich kann das so nicht. Ja, guck, ich komm da nicht so gegen mich an. Ich seh meinen eigenen Tod! Sehr gut. Hast du Hardscoped, Jan? Ach nee! Wow, ist das jetzt schlimm, wenn man mal Hardscoped? Ich wurde mal alle drei weggenommen. Ähm, meine Maus fällt so nicht weg. Fuck! Na! Ach, schwarz! Du hast gleich sowieso wieder die Fie. Ja und? Uns ist doch gar nichts mehr. Aufklärungsdrohne einsatzbereit! Ja, hab ich. Aufklärungsdrohne online. Fuck! Kommt das eigentlich auf Youtube? Zweifel! Kommt das eigentlich auf Youtube? Ja! Du bist nicht fein, wenn du eine Pille hast, Alter! Boah, ich hab keine Pille! Natürlich! Ja, ich... ich kann... Wie gesagt, ich komm da so nicht gegen an! Das ist halt... Alter, 8.000 Kicks! Ne, ich glaub 7.000 hab ich eingestellt. Kann sein. Basti! 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 Alter! Alter! Der hat jetzt den Predator! Oh... Oh... Alter! Feindlich gemacht! Der hat sich ohne Gesichtes... Jetzt... Jetzt teleportiert sie an... Boah... Ja, Alter! Ich... Wollen wir last nice machen? Ja, mach mal. Geil! Wot machen wir? Last nice! Wie ist das denn? Was? Hab ich sowieso nicht gesagt. Alter, ein Kill man! Der letzte Kill einfach so... Könnt' mir auch gewinnen lassen, dann kann ich... Wow! Irgendwann hat mir grad das scheiß Leben gerettet. Ach, von hinten Basti. Warum ist die Gesundheit eigentlich nicht auf Winzig? Oder auf Heim? Ich hätte sie auch auf... Boah! Das beste Hardscope schießt dreimal neben, Alter. Noll! Noll! Ja, Exos hätt' ich ausmachen müssen. Also Abschuss-Serien. Na du? Na fuck?! Oh ja! Wir haben hier viel gekuschelt, hast du? Ja. Der lernt, er darf doch nicht spielen. Haha! Ich hab' nen Assist für Jan gekriegt. Ja! Oh, unfair. Oh, Lauri mit dir. Alter! Alter! Aua! Ah! Oh, come on! Alter! Oh, ich werd' das erste Mal teleportiert. Cool! Überholig! Oh, das ist so mein Geh! Jo! Oh, das ist so geil, ich habe scopen' den Kopf aber nicht. Ja, wo? Der war geil, der war gut, der war gut von mir. Ja, das ist ein No-Scop, wa? Ja! Ähm, das hab' ich halt von Art & Combat damals noch. Ah, Art & Combat. Ah, Art & Combat. No-Scopen. Ich weiß, was du meinst. Okay. Äh, ja. Ich hab' auch keine Ahnung so. Ich hab' einfach, äh, glaub' das Maximum eingestellt bei FFA, glaub' das waren 7000. Zehntausend. Nee. Nee, 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 7000. Nein, nein, Mann, ich hab' grad' noch geschossen gehabt. Der, 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 die Kugel sollte noch fliegen. Ja, WTF? Wir stehen doch noch davor! Ah, Annie, Annie, Annie! Ah, tut mir leid! Da ist was. WTF? Ja, wow! Äh! WTF? Ja, wow! Äh! Na? Ey, komm, mach's aus, das Teil! Was denn? Ja? Mann! Das ist Biest, Digga, das Biest! 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 Biesti, Biesti, Alter! Biesti, mies! Biesti! Da ist Biesti! Digger, wo bist du denn? Haha! Ich hab' ein bisschen ne Ameis und ecstas wie ich mich! Hahaha! Das ist aber gar nicht schön! Nja! Wo?! Da können wir einen angehen! Das ist doch ein Lächern! Guck mal jemand, German ist Play. Nein, ich hab' das nicht. Ja! Ah! Der war schön. Wie ist dieses? Der war mit den letzten Pile. German, wer ist mir? Ich follow den ja nur nicht auf die Twitter. Was weiß ich? Wie? Der war richtig nice. Warleg. Bist du, dass ich gar keine Punkte sehe, ne? Ich hab' zu hoch. Hä? Ach, komm. Ja! Alter, Laurin. Ich würde nie im Haus dastehen bleiben. BAM! Ja! Jetzt hat es uns wieder einer, ne? Ich dachte, ich hätte mal mit so einem Punkt... Oh, ich bin sehr unfit. Wer ist denn? Geh! Scheiße! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Nein, Poli springt! Hahaha! Oh! Alter! Wärst du nicht weggelaufen, hätt' ich nicht gemessert. Oh, ne! Auch die Flex! Och, Jan! Oh, die Legs, ey! Ich bekomme nicht Spaß! Na, du! Und wieder leg, 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 leg! Brüß, ey! Achtung! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ha, wir haben Handicap hier alle! Äh, ich fang hier klettern zu weinen, das ist doch nicht so witzig! Ha! Äh, oder ein Tänger, ja! Oh, klar! Ach, von hinten! Ja! In den Po! Oh! Jetzt hab ich ein drittes Arschloch! Äh, ein zweites Mann! Äh, ein drittes! Kann ich nicht! Ja, kack'n! Ja! Aber weißt du das? Hast du eins? Ja! Man! Ich muss, glaub ich, echt mal sowas lernen, ich krieg's go! Meier! Kann's ja gegen mich üben, ich kann's auch nicht! Nein! Oder gegen mich! Oder gegen mich! Was? Ich geb' dir schon wieder einen Hitmarker! Acht von Payphone! Oh, schade! Ah, was hast du gesagt? Acht von Payphone! Oh! Ha! 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 Ja! Mann! Ist klar! Das sah jetzt so richtig pornogeil aus! Report me! Report me! Report me! Find's doch! Hä? Was? Die Lecks sind ja echt... Leckt das bei dir auch? Ja! Ja! Ich nehm auf und bin Host! Ich hab manchmal Framedrops auf 28 Frames! Ja! Trotzdem noch flüssig! Ja! Ich weiß, dass das immer noch... Doch! Doch! 28 sind flüssig! Naja! Gut! Für die wurd's gewohnt! Gott! Ich hab's... Ich hab's... Wenn's hochkommt... Ich hab's... Oh, oh! Kommt! Ich hab's... Wenn's hochkommt... Ich bin negativ. Weiß nicht irgendwo, aber irgendwo ist einer. Gibt nur Hitmarker. Was hat Kenny jetzt denn gesagt? Deine Mutter stirbt von Fallschaden auf Waceland oder eigentlich? Deine Mutter stirbt mit Fallschaden auf Waceland, ja. Deine Mutter ist so dumm, sie wechselt in FA das Team. What the fuck? Fuck. Ey. Beste Konversation ever. What the fuck? Ey. Ey. What the fuck, ey. Ja. Ich geb ihm natürlich nur Hitmarker. Das ist vergassbar. Du weißt immer noch, dass du mit der Sniper verziehst. Auch kann realistisch möglich sein. Das ist immer so. Ein normaler Scharfschutzgewehr der verzieht auch. Nein. Kämpfer, du. Zum Beispiel eine Panzerfaust verzieht auch. Handy. Na du. Alter, das tut ja schon richtig weh. Ähm. Ich hab mich letztens mit einem unterhalten, der hat gesagt, der war beim Bund, der hat auch mit der Panzerfaust geschossen. Der hat mir erzählt, wie viel, wo er angelegt hat. Also das Ziel war 400 Meter und der hat bei 300 angelegt. Sascha, kannst du mal stehen bleiben, Sascha? Ja. Bleib. Das hat's. Aber nicht für dich. Wer, wer snackst? War den Harrier? Ich. 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 Und einen Teil bekämpft. Ja du schon mal. Du mir erst zwei Kills gef haulst. Bei mir wär's andersrum gewesen. Nütz. Auch wie viele die auf einfach sind. Ich kann das Morning. Ja,�cientist. Ja, eigentlich schon. Komm, komm, Sascha, komm mal hin. Sven, ich hasse dich. Sorry, aber ich geb nur an, dass ich nicht mache. Deswegen hab ich leichter gehabt. Da hat er nicht Stern. Da kommt jemand. Ach, von hinten. Ja, aber zwei mit einem Schuss. Ja, ich komm von hinten. Ich weiß nicht, wo du bist, aber irgendwo bist du. Ja. Das könnte ich eigentlich bei jedem von euch sagen. Ey, Jan, ich weiß nicht, wo du bist, aber irgendwo bist du. Was ich hier mal hinlegt, Alter. Guck mal hin, noch bis hier. Boah, wie ich hasse, ne? Ja, ich will auch immer Sprinten und Tap drücken. Genau, das mach ich auch immer. Und das Schlimme ist, du brauchst ja nur einmal Sprinten drücken. Ja, und? Ich hab's nicht mehr gemacht. Ich hab's nicht mehr gemacht. Ich hab's nicht mehr gemacht. Ja, ich hab's nicht mehr gemacht. Oh, Ari. Oh, Ari. Da, fuck. Ich hätte ihn sogar noch gekriegt, ja. Ja, der kommt mit Style. Das ist, äh... Was? Bist du eben dir gemacht? Na... Never, man! Wie kann man denn beim Hochgehen, würde er noch schießen? Sag da, dass er jetzt, äh... Schmöbelchen. Alter. Äh... Das war jetzt irgendwie so... Ob du jetzt den ersten Schluss machst oder ich? Wechsel, wechsel, wechsel! Nein? Aber ich wollte. Alter. No Scope, Harry! Ja, ja. Das war immer klar. Jetzt wird mir das Unter... Mh... Das war zum Nix, weiß ich. Feindliche Aufklärungsdrohne gespielt! Das macht doch keinen Spaß, Alter! Ja, ich sehe was von meiner... Ja, so Flöcker, so Flöcker, cool! Feindliche Aufklärungsdrohne gespielt! Mach keinen Spaß und ich bin Hupen, Alter! Ah... Ich kann nur Angegse zu, Leute, von Drücken! Ja, da! Ich bin nicht... Kannst du eine runterholen? 3... 2... 1... Oh mein Gott, schluckst du! Tja! Nein! Danke! Danke! Ja! Ja! Okay, Mann! Mist ist da hier... Dingehine! Oh... Mh... Mh... Ach! Oh... Oh... Du ja... Du standst doch bei mir, Alter! Ja... Ich hab den eigentlich nicht... Und auf einmal konzentriert... Ja... Ja... Geil! Hallo, Basti! Hallo, Basti! Hallo, Basti! Ich kipp dir einen Hitmarker! Ich kipp... Äh, lol! Wie geht da... Ne... Alter, hol da zwei weg! Ja... Ja... Ich kann das gar nicht schaffen! Ich mach nur beide Hände! Mach mal... Ey, mach mir Last, bitte! Oh, komm! Wieso, Sascha? Wieso bist du so doof, Alter? Keine Ahnung! Ich stand genau hinter Flammen! So... Bezeichnet! Nein, nicht gerade auswerfen! Nein, nicht gerade auswerfen! Aber wie viel wird's noch schlucken? Nein, jetzt... Ich bin... Wenn... Wenn Speedpass vorbei ist... Oh... Oh... Gut... Ey, seit einem der Arschgerettet... Ich weiß nicht... Ja, ich muss hier weg! Pff... Das war mal... So Sven! So Sven! So geht das, ne? Oh oh... Ich bin da... Ich bin da... Ja... Ich bin da gar keinen... Uno... Dos... Vielleicht nicht... Nein... Nein... Nicht der... Ja... Tut mir leid, ich kann ihn nicht... Ja... 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 Das sollte man ihn davon erlassen, dazu! Kannst du das auch runterholen? Ja... Danke, Sascha! Ach ja, du hast nur... Einen zu schlucken... Also runterholen, ne? Runterholen... Ja, hatte... Okay... Und das... Und das... Und das... Nein... Hat er jetzt den Lutsch? Nein... Ich hab leider... Kein Glück dabei... Ach... Neben mir... Vielleicht aber noch positiv... Oh, Alter... Ich hab... HIV, oder was? Alter... So einen Kriegslauf mach ich nie wieder... Maske... Was? Was? Oh nein... Oh nein... Ne... Mach einfach so einen normalen 360 dann... Jetzt trinken wir da irgendwo runter... Das ist geiler... Hat mehr Style... Das hat mehr Style... Ja... Ja... Wo ist er? Wir müssen jetzt machen... Die OP ist doch... Den hab ich aber gar nicht... Alter... Kann das gut mit dem... Irgendwo runter... Wär schon ein bisschen hinterher... In 360... In 360... 60... 99... Und das andere Bein auf... Nein... Dann kommt jemand mit TMP... Ich weiß... Ich weiß... Das waren Informationen die alle haben... Wolltet... Feindlicher Aufklärung... Vor der Gesicht... Minigam... Behindert ihr? Zack... Hütten... Ja... Aber Sven war vor mir... Ich wollte ihn töten... So... Jan... Los... Komm... Oh... Ja... Ja... Mich blockt irgendwas... Dumme... Ja... So guck, ey! Man sieht jetzt sowieso nicht. Endlich. Aber auch geiler Teamshot, Alter. Was? 140, ja. Ah, lange Runde. Alter, mach. Team Bess wird ganz normal, ey. Wir sind schon ne Stunde drauf. Äh, ja. 2 Stunden, Verlängerung. Nee, ich muss eigentlich gleich noch was erledigen. Ganz, ganz wichtig. Darum. Ja. Der ist jetzt runter? Ja, der ist jetzt raus. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich am Duschen gehe. So. So guck, ey! Warum so spät? So, so spät. So, so, ähm. Also, halb zehn. Ja, fängt an. Halb zehn, mhm. Zumutat, zumutat. Ähm, spielen wir jetzt nur noch? Oder war jetzt, ähm, eine Stunde jetzt? Eine Stunde, aber ich muss ja noch was erledigen. Also, mach mal jetzt kein Match mehr jetzt hier im Ding. Nein, mach mal nicht. Na doch, können wir schon. Aber halt nicht, äh, mit Aufnahme oder so. Ja, aber können wir ja trotzdem. Ja. Ja, egal. Ich mach, ich mach jetzt keine Runde mehr mit, weil ich will noch, äh, äh. Ja. Genau. Ja, wir können ja gleich zocken, Leute. Ich bleib hier in der Lobby, aber ich... Ist das ein Squid noch download? Äh, äh, ich weiß aber nicht, wie, äh, wenn ich jetzt rausgehe, wird das Ganze aufgelöst, ne? Äh, geh mal raus. Ja. 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 Ich bin jetzt erstmal durch und ich bin jetzt, ich müde mich jetzt. Ja, ich bin dann jetzt auch weg. Regengrund. Ja. 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 Ja.